hey leute willkommen bei widerlader tv in meinem neuesten video beziehungsweise meiner neuesten review geht es um die auto breach log pro aus dem hauseli das ist die neueste widerlade presse aus dem hauseli die ich mir jetzt einige wochen lang angesehen habe ich habe damit viele hundert schuss geladen und habe jetzt mein eigenes fazit darüber gefällt wenn ihr interesse an dieser presse habt wenn ihr wissen wollt was ich davon halte wie ich damit laden kann etc dann geht doch bitte über den link in der video beschreibung dort kommt ihr dann zu einer review auf meiner webseite erstmal natürlich schriftliche teil und am ende dessen findet ihr dann auch ein unzensiertes video in dem ich euch diese presse hier im betrieb vorstelle das kann ich ja leider nicht mehr auf youtube hier machen deswegen möchte ich lieber auf nummer sicher gehen und euch den betrieb dieser presse in einem externen video zeigen ich würde mich sehr freuen wenn euer interesse entsprechend groß ist und ihr über diesen link dann auf meine webseite geht ok leute das war es von meiner seite ein ganz kurzer trailer zu der li auto breach log pro wie gesagt ich würde mich sehr freuen wenn ihr euch das unzensierte video ansehen wollt ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen vielen dank für euer interesse vielen dank fürs einschalten und hoffentlich dann bis demnächst bei widerlader tv